ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr schon seht ich bin heute wieder an unserem flugplatz und möchte euch hier heute gern wieder ein flugzeug vorstellen im moment mein ganzer stolz von der firma horizon beziehungsweise vielleicht der viperjet mit einem 90 mm impeller ja ich habe mir jetzt schon einige akkus geflogen muss sagen fliegt einfach fantastisch also fliegt wie auf schienen der ist natürlich ausgestattet wie jedes andere e flight modell auch mit self select und mit as3x self select habe ich nicht aktiviert brauche ich nicht also bei dem flugzeug sicher nicht und as3x spielt ja sowieso immer mit rein was gibt es zum sagen ich fliegt das flugzeug oder beziehungsweise man sollte das flugzeug mit einem 5000 milliampere mit sechs lipozellen fliegen das mache ich auch flugzeit habe ich im moment eingestellt dreieinhalb minuten das geht gut da ist auch noch eine sicherheitsrunde drin ist also kein problem ja ich bin natürlich jetzt heute sehr früh aufgestanden weil ich wollte einfach mal bei richtigem licht filmen leider allein das heißt ich muss wieder mit der dj action filmen aber ich drehe euch mal um und ja gut auf kamera sieht man es nicht so tolle aber ja wirklich wunderschönstes wetter ja und wenn die kamera ist so rum hat dann gehen wir doch mal zum modell damit das auch mal seht beim modell die nase zum besseren transport die ist abnehmbar die ist magnetisch also einfach bloß drauf setzen und dann hält die genauso wie die wie die ringlets hier es geht jetzt mit einer hand schlecht aber kann ich einfach abnehmen und wieder an machen und so lässt sich das modell wunderbar transportieren so die beleuchtung weiter sehen im film die schaut einfach so richtig klasse aus da platz oder akku drin ist der ist wahrlich groß genug also wie gesagt das ist jetzt ein 5s lipo mit 6s lipo mit 5000 milliampere und man kann bis 7000 milliampere und dann muss ich halt einfach ganz zurück man sieht schon eine von den laschen da ist leer weil ich ganz vorne bin aber so passt einfach vom schwerpunkt her hervorragend ja und so viel mehr weiß ich im moment gar nicht zum sagen außer dass das flugzeug einfach fantastisch liegt also es macht richtig spaß und es hört sich auch noch richtig toll an also nicht so ein typischer impeller wo so hoch kreischt sondern er hört sich einfach an wie ein chat wie sich einfach hat chat anhören sollte ja und genau das will ich euch natürlich auch zeigen und in diesem sinne wünsche ich euch natürlich viel spaß mit den flugaufnahmen und nachher sehen wir uns noch mal zu einem kleinen resümee bis gleich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video mehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Ralf, ciao!